Jo Leute was geht und willkommen bei einem neuen Video Leute heute mal ein etwas ernsteres Thema und zwar KuchenTV gegen Haptic Leute, meine Meinung dazu ganz einfach Das Geile ist Leute ich mach so ein Video schreiben den Titel rein Kuchen vs Haptic und Sky mit ein paar Abos Real Talk Nein Leute jetzt mal Spaß beiseite bei diesem Beef merkt man halt wieder wie die ganzen Leute sind Sobald der erste ein Video macht sind alle für ihn Real Sobald der zweite dann das Video macht sind alle für ihn Real Talk Dann kommt der dritte nochmal mit dem Video sind alle Leute wieder für ihn Der vierte ist auch Real Und dann kommt das vierte Video und alle glauben wieder ihm Oh Real Das traurige ist einfach sobald der erste ein Video macht glauben ihn alle direkt Sobald der zweite macht glauben ihn direkt alle und die Leute wissen einfach von Lüchtern Real Talk Ey Bro das wie nur Full Hate geben Egal Sollte doch Hate geben das geht eh wieder weg Das ist auch wieder so ein Punkt Leute jetzt hätten die zwei Community sich gegenseitig aber nach einer Zeit ist alles wieder Booster 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 im Kuchen Ja Leute wirklich das ist ohne Scheiß Denkt mal wieder ein bisschen nach Warte warte Versucht Nachzudenken Ach Oh Na Hey Beautiful Papito Mi Amma Te Amma Papito 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 Popeito Damme Damme Damme